So, da sind wir jetzt beim Rennen im Orbe-Park aus Australien. Und Tim-Kollege, was seht denn da so? Da, okay. Das kann so bleiben. So, auf die Strecke. Mensch, da geht's ja gleich los. Jo, alles ist bereit, das find ich gut. Ich will hier raus, ich will hier raus, lass mich fahren. Da lang, gut. Gut. Vom ersten Platz startet Lewis Hamilton. Auf dem neun starte ich. Und auf der siebzehn startet John-Eurich Verne, mein Tim-Kollege. Wirklich, Mensch. Klar. Danke, dir auch. So. Hier geht's gleich los. Hier, Roman Crosero, noch nicht ganz überholt. Lieber, jetzt schon mal bremsen, als zu spät. So, hinter Mark Webber, neben, ach, hinter Crosero. Neben Alonso, hinter Massa. Ah, ne, hinter Alonso. Mit Massa. Das war, noch ganz, ganz schon eng. Oh, hinter mir ist Mark Webber. Nicht hinten drauf, hab ich schon. Er kann jetzt Strafe haben. So. Ich krieg aber noch hier die beiden Ferrari. Boah, ups. Da hab ich den anderen Zimmer kurz angelitscht. Aber die fahren auch immer, wenn es wieder so weit weg war. Mein Auto grenzt aber die ganze Zeit. Hab ich hier das Safety Car an mir dran geklemmt oder was? Denkt auch immer an Orange. Ich krieg mir auch immer wieder richtig voll Gas. Wie machen die das? Ich will das auch können. Mark Webber, gleich, brav hinter mir. Ich hab so das Gefühl, dass die Ferraris vor mir einfach schneller sind, als ich. Oder ich kann das bloß nur kommen. Jetzt sind wir noch nicht schneller, als ich. Die haben besser alles, als ich. So. So. Oh. Oh, einer gedreht hier, das war knapp. Ich kann nur so ab und zu mal ein paar Sekunden ran, aber dann verliere ich die irgendwo, irgendwo, irgendwie. Bestimmt hier in der Kurve. So. Aber ich komm immer näher ran, ich merk das. Warum hab ich hier jetzt gebremst? Muss ich mir jetzt sagen. Ah. Da soll ich gerade den anderen so schon mitten im Getriebe. Mann. Jetzt wird der wieder weg. Das geht ja mal gar nicht. Durchfahrtstrafe wegen unsportlichen Verhalten. Dagegen können wir nichts machen. Bleib konzentriert, sonst komm innerhalb der nächsten drei Runde rein. Warte ich. Dann komm ich in Runde vier rein. Dann komm ich in der fünften Runde an die Box zum Boxenstopp und dann kann ich wieder richtig voll aufgeben. So mach ich das. Ja. So mach ich das. So. So mach ich das. Äh nur Strafe. Ja, ja. Kann mir keiner Angst. Musste das sein. Kann mal passieren. Ha. Ha. Von beiden Ferraris vorbei. Na endlich. Na endlich. So jetzt haben wir Rostbeck und Hamilton vor mir. Die beiden. Mercedes. Das ist der Busbeck, schnapp ihn dir. Was wüsstest du denn so, jetzt kann doch keiner hören oder so, Mino. Also ich. Die Rennleitung. Oder so, keine Ahnung. So. Rostbeck. Ich bin genau hinter dir. Ich sitze hier genau im Getriebe. Jetzt nicht mehr. Ja, ich komm jetzt rein. Keine Angst. Mann. Luftstrafe. Mann. Mann. Gut. Mann, die Box. Ah genau, Tukkala mit 60 durch. Ja. Hallo, schönen guten Tag, Cross India, Williams, Turo Crosso, Red Bull, nein, Kreis Red Bull. Da ist der Safety Call. Hm, mach ich. Mach ich, mach ich. Hinter mir, der Lyrick Gevern. Was sag ich? Bottos? Da ist Bottos. Der Williams-Fahrer. Der Verrückte. So, ich bin jetzt leider auf dem 14. Vor mir ist wieder Alonso. Oh Gott, das geht doch wieder schief mit Alonso. Das ist ganz bestimmt wieder schief. So. Jetzt fähre ich gleich. Ich brauche noch gar nicht in die Box. Oh Gott. Hat er grad gelaggt? Oh Gott. Gott, hat er grad gelaggt? Das geht ja mal gar nicht. Wo brauche ich denn jetzt noch ein Box? Das sieht doch alles sauber aus. Wir sind bereit, komm jetzt an die Box. Oh, ohne meins, dann komme ich halt in die Box. So, ich sehe schon die Idee, den Alonso. So. So. Okay, oh, oh, da wurde es ein bisschen eng gerade. Hier haben wir jetzt die Ferrari, dann ist man da her. Da muss ich jetzt rein. Ach, cool. Das ist auch neu. Das finde ich auch cool. Ah, doch, ist wieder ein... Oh Gott. Ich sehe das vor mir ist ein Ferrari. Oh Gott. Okay, wir wärmen die Reifen auf, bevor du wieder anfängst zu pushen. Reifen sind warm. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass noch ein paar kleine Bugs gibt. Kann das sein? Aber hier wird mir nichts angezeigt. Dass meine Reifen irgendwie... ...abgenutzt sind. Oder hier, dass meine Reifen überhaupt kalt waren. Ich glaube, die haben die auf jeden Fall aufgewärmst. Kann das aber nicht... Keine Ahnung. Das ist da ganz vermutlich. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn da ein paar kleine Bugs drin sind. Und das Spiel kam heute erst raus. Vor 3 Stunden. Und 40 Minuten. Großes nicht. Es kommen noch ein paar Updates auf jeden Fall. Gehen davon aus. Hinter uns ist zurzeit niemand in Reichweite, außer Hylkenberg. 2.50 Meter hinter uns. Warum ist da eigentlich ein Ruscha mitten im Fahrerfeld? Hätte eigentlich was hinten zu tun? So. Einfach mal am... Am Ruscha und am Ferrari vorbei. Hinter einem Pick. Hinter einem Caterhelm. Und mit der S... Oh. Vorbei. Oh. Nicht vorbeiziehen. So. An Pick vorbei. Gedrängelt. Mit der S in Richtung Sutil Rasen. An den Force India Fahrer. Aus Deutschland. Ah. Nicht drehen. So. So. Mach ich. Sondern es kann Sceptica... Vor so... Kann er Sceptica... ...Runden gibt. So. Neben mir ist jetzt Adrien Sutil. Und jetzt ist er hinter mir. Noch nicht. Aber gleich ist er komplett hinter mir. Er sitzt jetzt dann komplett hinter mir. Ah. Jetzt habe ich den Tullepunkt gefahren. Gut. Gut gelaufen. So. Jetzt ist... Gut Jerez vor mir. Ah. Der... Wer fährt... Wer fährt der bei... Sauber? Ne. Doch Sauber glaub ich, oder? Ja. Sauber. Der fährt bei Sauber. Seit Anfang der Saison. Fährt er bei Sauber. Oder? Ja. Sauber. Das kann sein. Das kann sein. Ne. Ist es sauber. Der fährt bei Sauber. Dann. Das kann sein. Das kann sein. Jetzt ist er eigentlich hinter mir. Der Kutieres kommt einfach. Oh. Tut mir leid. Der Kutieres. So. Jetzt ist er vor mir. Ah, der Vodafone, Mercedes-Benz-Fahrer, Sergio Jaco Veres.